Nein! Ich habe euch doch versprochen! Das könnt ihr nicht! Nein! Das könnt ihr nicht tun! Nein! Nein, das könnt ihr nicht! Ich sage kein Wort! Nein! Nein! Shanghai, London, Chicago. Wer diese Namen hört, denkt unwillkürlich an die berühmt-berüchtigt gewordene Unterwelt dieser Städte. Man muss einen weiteren Namen hinzusetzen. Tokio. Hier stinkt es mir zu sehr. Tokio ist heute der größte Umschlagplatz für Rauschgift im fernen Osten. Was du heute und morgen brauchst, kannst du haben. Sind wir nicht nett zu dir? Du bekommst sogar echten Whisky. Das nennt man wahre Freundschaft. Rechts sparen wir ungefähr 40 Minuten. Lass das! Was fällt dir ein? Mord, Raub und Vergewaltigung sind die Machtmittel dieser skrupellosen Gangster, die man die Killer von Tokio nennt. Wie im Amerika der 20er Jahre bekämpfen sich die Verbrechersyndikate bis zur gegenseitigen Vernichtung. Schießereien sind an der Tagesordnung. Sie schrecken vor nichts zurück. Die Killer von Tokio.